Morgen am 17. Mai ist eine Investorenkonferenz des Publishers Take-Two angesetzt. Take-Two für die Leute, die sich vielleicht erinnern, ist ein 1993 gegründeter Entwickler, Publisher und auch Distributor von Computerspielen mit Hauptsitz in New York, also den USA. Take-Two ist darüber hinaus eine Aktiengesellschaft und wird am Nasdaq unter dem Kürzel TTWO gehandelt. Und die meisten Spiele von Take-Two werden über die Tochtergesellschaften Rockstar Games und 2K Games vertrieben. Wir erinnern uns, Rockstar Games, da war doch was. Red Dead Redemption, Grand Theft Auto und so weiter. Das ist natürlich alles, ja, das Werk von Rockstar Games. Und nun wurde also diese Investorenkonferenz für morgen angesetzt. Es ist üblich, dass die Investoren Einnahmeprognosen für die kommenden Quartale und Jahre erhalten. Das Geschäftsjahr geht in der Gaming-Branche normalerweise immer bis zum 31. März. Und jetzt gehen Fans natürlich davon aus, dass es diesmal konkrete Hinweise zu einem Release-Zeitraum von GTA 6 geben könnte. Deshalb wird gehofft, dass vielleicht noch bis zum 17. aber spätestens am 17. eine offizielle Ankündigung des Spiels geschehen wird. Und natürlich vor allem aus dem Grund, weil sowieso Infos aus diesen Konferenzen immer an die Öffentlichkeit gelangen und da auch zugänglich gemacht werden. Von daher ist es im Endeffekt sinnvoll, wenn Rockstar und Take-Two das Spiel natürlich dann eigentlich selber ankündigen, bevor da sowieso irgendwelche Infos rausgekloppt werden. Und jetzt gebe ich direkt mal meine Einschätzung dazu. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass GTA 6 bis morgen oder auch an dem Tag morgen angekündigt wird, würde ich ca. auf 1% schätzen. Ich meine, warum sollten sie das tun? Ich glaube, es gibt da im Endeffekt nicht so viele Gründe, das zu machen. Darüber hinaus hat Rockstar einfach bisher immer alle Teile einfach irgendwann angekündigt, ohne irgendwelche Gründe. Man sucht immer nach Gründen bei Rockstar, warum sie irgendwas tun, aber es gibt eigentlich von außen gar keine plausiblen Gründe, warum sie dann irgendwas genau dann ankündigen. Das war bei GTA 5 schon so, das war bei GTA 4 so und das wird bei GTA 6 genauso sein, meiner Meinung nach. Wenn sie aber doch einen Termin nehmen sollten für eine Ankündigung, es wird ja auch spekuliert, das Spiel kommt 2024 raus, dann wahrscheinlich Ende 2024. Also wenn sie wirklich einen Termin nehmen sollten, dann doch wohl den 17. September, denn das ist ja das Veröffentlichungsdatum gewesen von GTA 5 und das wird doch auf jeden Fall Sinn machen, dass sie das dann da ankündigen oder vielleicht auch der 28. November, denn am 28. November 1997 kam GTA 1 raus. Also die beiden Termine fände ich eigentlich viel plausibler, um das anzukündigen. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und ich glaube, ich bleibe dabei. 1% Wahrscheinlichkeit, dass sie es bis morgen ankündigen werden.